Hallo und herzlich willkommen bei Xoff. Hier dreht sich alles um das schnelle und deckel Kochen für jedermann. Ich bin seit mittlerweile drei Jahren auf YouTube aktiv und seit einem Jahr lade ich jede Woche ein neues Video hoch. Jetzt werde ich allerdings versuchen, meinen Kanal noch ein bisschen auszubauen, um euch einfach noch ein bisschen mehr zu bieten. Deswegen kommt jeden Mittwoch um 18 Uhr jetzt ein neues Format mit einfachen Quicktips rund ums Thema Kochen und der Arbeit in der Küche. Wie gewohnt kommt natürlich trotzdem jede Woche Samstag um 18 Uhr ein neues Rezept im Format Schnell, Gut und Günstig. Mich würde es freuen, wenn du auf meinem Kanal hängen bleibst und vielleicht einen Daumen nach oben und ein Abo dalässt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.